Jetzt in Mechanical Labs. Scheint echt so, als hätte man sich dieses Mal komplett gegen Secrets entschieden. Oh, wow. Frech. Frech. Die haben mich richtig erwischt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war gemein. Das war sehr gemein. Das war... Haha. Teuflisch. Ja, ich gehöre geschlagen. Das ist alles. Okay. Wir haben noch gar keine Chain Gun. Frech. Die Muni dafür ist auf jeden Fall da. Und ich werde nicht mit der Pistole rumballern. So viel weiß ich schon mal an der Stelle. So. Ja, ja, ja. Hier Revenants. Na, komm. Machen wir das hier mal so. Zack, zack. Okay. So, hier war ich jetzt schon überall. Hier war auch nichts weiter. Dann gehen wir hier mal nach links. Okay. 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 Ich hätte böse ausgehen können. Nice. Hau ihn. Ah. Das ist doch nett. Nicht schön. I like. I like. Okay. Nicht schlecht an der Stelle. Gemeine Falle. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen, dass er nicht zu viele Schengen wiederbelebt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hat gut geklappt. Sehr gut sogar. Ist da noch ein Teleporter in der Mitte? War ich da schon drin? Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt man generell noch hin, aber ich glaube generell noch nicht. Wahrscheinlich hinter der gelben. Wahrscheinlich hinter der gelben. Aha. Perfekt. Okay, in den Außenbereich. Hier kommen wir nicht so schnell rein. Ja, da werden wir auf jeden Fall einfach bochial mit der Shotgun reinrotzen. Au. Sehr schön. Aua. Zack. Oje. Ei, 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 ei. Okay. Ei, 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 ei. Geil, das. Okay. Ah, jetzt kommen wir wahrscheinlich mit einem Sprung rüber. Oder so. Nee, nicht ganz. Ähm. Oder? Doch. Eie, ei, 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 ei. So, komm. Gehen wir in die Action. Machen wir hier schön Action. Oh. Verdammt. Ich wollte kurz nur was schauen, wie gemein. Hau mich einfach komplett aus dem Leben. Frech an der Stelle. Okay. 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 So. Lol. Das lebt. Ui, 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 ui. Das hätte böse ausgehen können. Aber böse hätte das ausgehen können. So. Wir haben die Gegner schon gekillt. Okay. Ähm. Ja. Da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir durch. I guess. Aber da kommen wir doch auch nur in die Mitte. Oder bringt mich der jetzt woanders hin? Hm. Macht eigentlich keinen Sinn. Da komme ich jetzt durch. Jetzt. Beziehungsweise kam da wahrscheinlich die ganze Zeit durch. Ich habe es nur vergessen. Seien wir mal ehrlich. Das. An der Stelle einfach mal brutal ehrlich sein. Okay. Ich traue dem Frieden noch nicht. Ich traue dem Frieden noch nicht. Aber ich hätte ihn trauen können. Cool. Wunderbar. Wunderbar. Ich will nicht mal sagen. Seht euch beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.